In dieser Lektion beschäftigen wir uns mit geophysikalischen Naturgefahren. Wie grenzt man geophysikalische Naturgefahren von anderen Naturgefahren ab? Geophysikalische Naturgefahren betreffen die feste Erde und ihre Grenzfläche und sie entstehen durch Prozesse und Phänomene, die der Lithosphäre des Erdkörpers, also dem obersten Teil des Erdmantels und der Erdkruste und der Reliefsphäre, das heißt der Oberfläche der Erde angehören. Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über den primären Gefarentyp, zum Beispiel ein Erdbeben, im Weiteren deren Ursachen und Charakteristika, zum Beispiel die Deformation und den Bruch von Lithosphärenplatten durch plattentektonische Prozesse und welche Gefahren sich daraus entwickeln können oder auch welche sogenannten sekundären Gefarentypen sich daraus ergeben können. Diese sekundären Naturgefahren können nach endogenen Ursachen aus dem Erdinneren, zum Beispiel Tektonik und nach exogenen Ursachen, also Einflüssen von außen, zum Beispiel Niederschlag, unterschieden werden. Weitere Beispiele geophysikalischer Naturgefahren neben den Erdbeben sind vulkanische Aktivitäten und Emissionen, gravitative Massenbewegungen sowie Boden-, Fluss- oder Küstenerosionen, wie Sie auf diesem Bild hier sehen. Hier wird die Steilküste aufgrund der Wellendynamik des Ozeans nach und nach erodiert. Die Erdoberfläche, die wir wie gesagt auch Reliefsphäre nennen, stellt eine Grenzfläche zwischen verschiedenen Sphären dar. In dieser Abbildung können Sie sehen, dass sich Lithosphäre, Atmosphäre, Biosphäre, Pedosphäre sowie Hydrosphäre in der Reliefsphäre in einem komplexen Wirkungsgefüge überlagern. Die verschiedenen Sphären sind mit unterschiedlichen Signaturen dargestellt, die Pedosphäre zum Beispiel gepunktet, die Reliefsphäre ist hier in rot gekennzeichnet. Die hohe Variabilität der Prozesse in der Reliefsphäre betrifft nicht nur die Ursachen der Prozesse. Es gibt hier unter anderem physikalische, chemische, auch biologische Ursachen, sondern auch deren raumzeitliche Komponente. So können gravitative Massenbewegungen innerhalb von wenigen Sekunden den Talboden erreichen, während die häufig schleichenden Vorgänge der Bodenerosion Jahrzehnte oder Jahrhunderte andauern können. In dieser Einheit möchte ich mich nun im Weiteren auf Erdbeben als geophysikalische Naturgefahr fokussieren. Beschäftigen wir uns nun mit Erdbeben, welche gewissermaßen eine Begleiterscheinung der globalen Plattentektonik und zu einem geringeren Ausmaß auch des Vulkanismus sind. Erdbeben manifestieren sich in Form von seismischen Wellen, wobei auch große gravitative Massenbewegungen seismische Wellen auslösen können. Das passiert aber nur sehr selten und wenn es auftritt, dann lokal nur sehr begrenzt. Angetrieben durch Konvektionsprozesse im Erdmantel bewegen sich die mosaikartig angeordneten Platten gegeneinander, aneinander vorbei oder voneinander weg. An diesen Berührungszonen bauen sich hohe Spannungen auf, die sich plötzlich unter Freisetzung von Deformationsenergie in Form seismischer Bruch und Versatzvorgänge entladen. Durch die Spannungsauflösung bricht das Gestein und kann an der Bewegungsfläche um bis zu einige Meter verschoben werden, wie Sie in diesem Video sehen können. Die dabei entstehenden Erschütterungen werden Erdbeben genannt, die sich als seismische Wellen konzentrisch vom Erdbebenherd ausbreiten. Aus der Verschiebung der Platten resultieren verschiedene Naturgefahren, beispielsweise Erd- und Seebeben sowie Vulkaneruptionen und im Weiteren können auch Vulkaneruptionen selbst wieder Erdbeben auslösen. Zahlreiche sekundäre Naturgefahren wie Tsunamis oder gravitative Massenbewegungen können sich aus eben den genannten Naturgefahren entwickeln. Was ist nun aber der Ort eines Erdbebens bzw. an welchen Orten spielt er sich ab? Ein Erdbeben geht meist von einer Reibungsfläche oder einem Gebiet in der Erdkruste aus, dem sogenannten Erdbebenherd oder Hypozentrum, welches, wie Sie hier sehen, unter der Erdoberfläche liegt. Unter dem Epizentrum versteht man den Punkt auf der Erdoberfläche, der sich senkrecht über dem eigentlichen Erdbebenherd, dem Hypozentrum, befindet. Selbstverständlich sind nicht alle Erdbeben gleich stark und nicht an allen Orten gleich stark registrierbar. Liegt die Tiefe des Erdbebenherdes in 70 Kilometern Tiefe, wird von einem Flachbeben gesprochen. Diese haben meist auch eine höhere Intensität. Tiefbeben dagegen treten in tieferen Regionen auf und vor allem an Subduktionszonen der Plattengrenzen. Die Stärke eines Erdbebens wird als Erdbebenmagnitude bezeichnet. Diese ist nicht mit der Intensität zu verwechseln. Charles Richter bezeichnete als Magnitude die Amplitude eines mechanischen Seismografen, eines an der Bodenoberfläche installierten Aufzeichnungsgerätes für seismische Wellen. Die Magnitude ist ein logarithmisches Maß zur Basis 10 und durch diese Normierung fallen alle Erdbeben und damit das gesamte Magnitudenspektrum von einem Bereich von 0 bis 10, wie Sie hier sehen können. Das bedeutet, dass ein Erdbeben der Magnitude 5 zehnmal stärker ist als eines der Magnitude 4. Die Deformation des Gesteins breitet sich in Form von mechanischen Wellen aus, vergleichbar mit Schallwellen. Die erste Welle wird als Primärwelle oder P-Welle bezeichnet und durchdringt alle Materialien im Erdinneren, also zum Beispiel Gestein, ebenso wie den Erdkern. Die Sekundärwelle bezeichnen wir als S-Welle. Diese tritt nur in festen Materialien, wie etwa Gestein, auf und durchdringt beispielsweise nicht den Erdkern. Außerdem können wir zwischen Stärke und Intensität unterscheiden. Während nun die Magnitude eines Erdbebens ein Maß für die freigesetzte Energie ist, bezeichnet die Intensität des Erdbebens, wie sich diese Energie auf die Erdoberfläche auswirkt. Beispielsweise hatte das Beben von Kobe in Japan 1996 eine vergleichbare Energie wie die Atombombe von Hiroshima, die ihrerseits eine freigesetzte Energie von etwa 56 Millionen Kilogramm TNT hatte. Die Wirkungen von Erdbeben sind von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig. Das Spektrum umfasst die menschliche Wahrnehmung der unterschiedlichen Vibrationen des Untergrundes, die sichtbaren Schwingungen von Strukturen wie Gebäuden oder Brücken, die Bewegung von Gegenständen des täglichen Lebens, sowie die mechanische Beschädigung oder Zerstörung von menschengeschaffenen Strukturen. Um diese Intensitäten klassifizieren zu können, wurden verschiedene Intensitätsskalen entwickelt. Eine davon ist die europäische makroseismische Skala, die zwölf Stufen hat. Beispielsweise ist die Stufe 3 gekennzeichnet durch folgende Wahrnehmungen. Schwache Erschütterungen werden durch Personen wahrgenommen, die sich innerhalb von Gebäuden befinden. Ruhende Personen fühlen ein Schwanken oder ein leichtes Erzittern. In den letzten Jahrzehnten wurde eine große Anzahl von schadensbringenden Erdbeben registriert. Denken Sie etwa an das Erdbeben, welches 2011 in Japan zu einem Tsunami und der Fukushima-Katastrophe führte. Hohe Verluste an Menschenleben und Infrastruktur treten häufig in Fällen auf, wo eine hohe Erdbebengefahr mit einer hohen Vulnerabilität der Bevölkerung einhergeht. Unter hoher Vulnerabilität können hier eine hohe Bevölkerungsdichte sowie unzureichend konstruierte Gebäude genannt werden. In Lektion 3 lernen Sie die Begriffe Vulnerabilität und Resilienz noch genauer kennen. In den Staaten des globalen Norden sind Erdbeben neben Überschwemmungen die Ereignisse mit den höchsten Schadensrisiken. Die höchste Erdbebengefahr tritt in Regionen der Erde auf, die an kontinentalen Plattengrenzen liegen, wie beispielsweise am pazifischen Feuerring. Aber auch innerhalb von Kontinentalplatten können Erdbeben auftreten, wie beispielsweise im Oberrheingraben. Laut ZAMG werden in Österreich von der Bevölkerung pro Monat durchschnittlich vier Erdbeben wahrgenommen. Alle zwei bis drei Jahre muss mit einem Beben auf der europäischen Makroseismischen Skala mit einer Intensität von sechs, also mit leichten Gebäudeschäden, gerechnet werden. Schwere Schäden an Gebäuden, die auf der europäischen Makroseismischen Skala auf Stufe 8 oder höher beschrieben sind, besitzen im Vergleich dazu eine durchschnittliche Wiederkehrperiode von circa 120 Jahren. Räumlich gesehen können Erdbeben fast überall vorkommen, allerdings eignen sich die meisten Beben im Bereich aktiver tektonischer Zonen, wie zum Beispiel dem Rheintal in Vorarlberg, dem Inntal und dem Wiener Becken. Nun haben Sie einen ersten Einblick in die Thematik der geophysikalischen Naturgefahren, deren Verschiedenartigkeit und Prozesszusammenhänge erhalten. Über weitere Naturgefahren, hydrometrologische, biologische und kryosphärische Naturgefahren informieren Sie die weiteren Videos in dieser Lektion.